Ihr wisst, wir haben einen Text vor uns von Togme Sangpo, in dem es darum geht, wie wir als Erwachende in Ausbildung den Weg gehen können im Alltag. Das sind ganz viele alltagsrelevante Hinweise und ich versuche, die Brücke zu schlagen von vor einigen Jahrhunderten in die heutige Zeit und es ist tatsächlich so, dass die Themen immer noch dieselben sind. Und wir werden schauen, wie wir das auch praxisrelevant umsetzen können. Ich bin daran erinnert worden, dass ich letztes Mal gar keine Kontemplationen als Aufgabe gegeben habe. Also die Verse 11 bis 18 habe ich zwar besprochen, aber anders als beim ersten Mal habe ich keine Übungen damit verbunden und das will ich jetzt als erstes mal nachholen. Die könnt ihr euch notieren. Wir können die jetzt nicht alle, also sowieso nicht, können wir die jetzt alle kontemplieren. Ich beginne also nochmal bei 11, ohne zu erklären. Das ist der Vers, der damit anfängt, sämtliches Leid entsteht aus dem Wunsch nach persönlichem Wohlergehen, während die Ausrichtung auf das Wohl anderer vollendete Buddhaschaft hervorbringt. Und aus diesem Grund das eigene Glück völlig gegen das Leid anderer auszutauschen, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Also runtergefahren auf unser Niveau, was könnte das bedeuten? Ich würde sagen, tatsächlich als Übung, einmal am Tag vielleicht, also wie innerlich sich vorzunehmen, einmal am Tag nehme ich etwas auf mich, was auch für mich unangenehm ist und ich mache es anstelle eines anderen. Einfach nur so eine kleine Übung. Eigentlich ist sehr viel mehr damit gemeint. Eigentlich ist gemeint, das hemmungslos zu tun, egal wie schlimm es wird, und die Einstellung zu kultivieren, okay, wenn ich mithelfen kann, das Leid in dieser Welt zu verringern, indem ich es annehme und in mir durcharbeite, dann bin ich bereit, das durch und gar zu tun. Also es wäre so eine praktische Übung, wir sind vielleicht gerade dabei, so ein Streit ist dabei zu entstehen, ich merke, die andere Person ist aufgebracht und ich merke, die andere Person ist ja unter Stress, unter Leid. Und dann zu sagen, okay, ich bin bereit, das auf mich zu nehmen, zum Beispiel kein Recht zu haben, nachzugeben, und eigentlich nehme ich, ich versetze mich in das Leid des anderen, nehme es auf mich, aber in einer aktiven Haltung. Das heißt, nicht, dass ich dann leide, sondern ich suche für den anderen nach der Lösung des Leides. Das ist die Haltung, die ich einnehme. Und da gibt es viele, viele Übungsmöglichkeiten. Also mich hineinversetzen in das, was den anderen gerade irritiert, beengt, bedrückt, aufregt und wirklich selbstlos dann bereit sein, okay, was kann ich tun, um das jetzt zu entschärfen, aufzulösen. Es muss von Herzen kommen, bitte denkt immer dran, ich höre nicht auf, das zu wiederholen. Wir sind nicht dabei, hier einen Kurs im Good-Boy-Good-Girl-Verhalten zu machen, sondern diese Haltung kommt von Herzen. Und das wird sie auch. Wir haben manchmal von Herzen her das Bedürfnis, tatsächlich über unseren eigenen Schatten zu springen und mal aus der Sicht des anderen das zu tun, was hilfreich ist. Nummer 12. Wenn mir jemand aus großer Gier den gesamten Besitz raubt oder andere dazu anstiftet, so widme ich ihm zusätzlich noch meinen Körper, meine Freuden und alles Heilsame der drei Zeiten. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Praxis wäre, jemand hat uns Übles angetan und wenn es auch nur im Internetbanking ist, dass uns mal wieder jemand über den Tisch gezogen hat und wir machen Wünsche und Widmungen innerlich als Gebete oder widmen einige Mantras für das Wohlergehen dieser Person. Mal als Übung. Wir brauchen nicht jedes Mal nachzugeben und zu sagen, macht ja nichts, bin ja ein großer Bodhisattva, nee, darum geht es nicht, sondern tatsächlich, nachdem es abgeschlossen ist, was wir zu tun haben, ist getan, dann die Wünsche zu machen und neben dem Akzeptieren des Schadens auch noch Wünsche für das Heilsame für den anderen zu machen. Das wäre die Übung. 13. Selbst wenn mir jemand den Kopf abschlagen wollte, obwohl ich ihm nicht das Geringste getan habe, so nehme ich aus Mitgefühl alle seine Fehler auf mich. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Also, in einer Firma, in einem Team, was zusammenarbeitet, Krankenhaus, Lehrerkollegium, was auch immer, überall wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es Situationen, wo einem jemand mal über will oder sich so verhält, dass man selber ganz dumm dasteht. In der Sicht der anderen stehen wir so da, als hätten wir Schlimmes vielleicht getan. Der Impuls ist, sich zu wehren. Okay, das haben wir dieses Leben und viele Leben geübt. Wenn wir das nicht mehr zu üben brauchen, wenn wir das können, dann können wir mal üben, wie ist es denn eigentlich, wenn ich ganz durchlässig wäre und sage, ja stimmt, stimmt, ist in Ordnung und ist auf uns nehmen und die Sache ist erledigt. Und Trumpa Rampoji hat ja manchmal sehr interessante Beispiele, sehr bildliche Beispiele. Er hat das verglichen mit einem Ball of Shit, also einem Haufen Scheiße, dem man sich gegenseitig zuschiebt und irgendjemand sagt, okay, bleib bei mir. Er ist meiner. Dass man einfach sagt, hier, ich nehme das, ich nehme die Fehler auf mich, okay, und Ende der Geschichte. Das wäre mal eine interessante Alternative. Das sind harte Übungen und nur wenn sie authentisch sind, führen sie zu uns. Unser Ziel muss sein, um das zu praktizieren, dass wir sehen, der eigentliche Widersacher ist nicht da draußen. Das Eigentliche, was mir den Schlaf raubt, ist, dass ich immer mit meinem Rechthaben reagiere, mit meinem Selbstwert, mit meinem gekränkten Selbstwertgefühl und, und, und. All die Mechanismen, die das emotionale Hamsterrad antreiben. Das ist, ich sehe, dass es mir darum geht, dass das aufgelöst wird, dass ich aussteige aus diesem ständigen Rat, dass mir wird Schlechtes zugefügt, also wehre ich mich eventuell, füge ich dem anderen sogar Schlechtes zu, und alles dran setze, um diese Kreisläufe zu unterbrechen, dann bin ich auf dem Weg aller Bodhisattvas. Selbst wenn mich jemand auf vielfältige Weise derart verleumdet, dass es im ganzen Universum zu hören ist, so preise ich mit liebevollem Geist immer wieder seine Qualitäten. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Also nicht nur gut reden über jemanden, der schlecht über mich redet, sondern mit liebevollem Geist gut reden über jemanden, der schlecht redet über mich. Übung ist klar, brauche ich jetzt nicht noch extra zu sagen. 15. Und sollte mich jemand vor vielen Leuten verletzen und meine verborgenen Fehler bloßstellen, so betrachte ich ihn als spirituellen Freund, das bedeutet als Lehrer, und verbeuge mich respektvoll vor ihm. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Meine verborgenen Fehler werden bloßgestellt, ich werde verletzt, ich sehe, okay, hier ist wieder der Lehrer aktiv, ich bekomme den Spiegel meiner eigenen Ich-Bezogenheit vorgehalten und verbeuge mich. Ich nehme es an. Wieder Zusatzbemerkung, keine Übung für Menschen mit geschwächtem Selbstwertgefühl. Wenn man das übt, muss man in sich auch verankert sein. Es geht nicht darum, hier durch solche vermeintliche Übungen dann aus der Bahn geworfen zu werden, sondern tiefen Frieden darin zu finden. So tiefen Frieden, ich verbeuge mich, ich nehme es an, ich stehe nackt da, alle wissen jetzt, dass ich ein geheimer Säufer bin. Ja, so, okay, und das tief anzunehmen, keine Diskussion. Es gibt noch eine tiefere Wahrheit, ich bin ganz Mensch. Ja, ich bin ganz da. Dieses Verankertsein, das braucht es, um das praktizieren zu können. Da kann ich auch dem anderen Recht geben, da kann ich ihm Gutes wünschen. Also geht es schon darum, erst mal diese, ja, ich habe jetzt gesagt Verankerung oder Verwurzelung, aber eigentlich ist es ein Vertrauen in die wahren Qualitäten des Geistes, dass sie nicht von Lob und Tadel abhängen, dass sie nicht von Anerkennung und Ruhm abhängen und auch nicht zerstört werden, indem mich Leute in Grund und Boden kritisieren. Ja, die Qualitäten des Menschseins, die Qualität meines Geistes, hängen nicht davon ab. Dieses Selbstbewusstsein, das braucht es, das ist ein gesundes Selbstbewusstsein. 16. Wenn mich jemand als Feind betrachtet, obwohl ich ihn wie mein eigenes Kind umsorgt habe, so bringe ich ihm noch mehr Liebe entgegen, wie eine Mutter ihrem erkrankten Kind. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Praxis ist eigentlich klar, die Übung ist bei schwerer Enttäuschung, dass die Menschen, für die ich mich eingesetzt habe, mir nicht nur nicht danken, sondern mich als Feind betrachten, dass ich nicht aufhöre mit meiner Haltung von Liebe und Mitgefühl. Inklusive Weisheit, also das ist ein weißes Mitgefühl und Liebe, nicht von Umständen abhängig. Es ist die große Schule, es ist wirklich die große Kunst, da so weiterzumachen in dem Sinn. 17. Sollten gleich oder niedriger gestellte Personen mich als Stolz verächtlich behandeln, so respektiere ich sie genauso wie meinen Lama und setze sie mir zuoberst auf den Kopf. Was soll ich da noch sagen? Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Wieder verneige ich mich vor ihnen, denn sie helfen, meinen eigenen Stolz zu entlösen und anzunehmen und nachzugeben und eben nicht ins Verteidigen zu gehen. 18. Und sei ich noch so arm, immerzu von den Menschen verachtet und von schweren körperlichen und geistigen Krankheiten geschlagen, 19. So nehme ich immer wieder, ohne je zu verzweifeln, die Fehler und das Leid aller Wesen auf mich. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Diese Praxis hier, die ist eine besondere Form von Tonglen. Bei dieser Tonglen-Praxis ist es so, dass wenn ich krank bin oder psychische Probleme habe, dass ich daran denke, wie viele andere diese Art von Problemen haben, wie viele andere krank sind, unter denselben Emotionen leiden wie ich, ebenfalls Verzweiflung haben. Und der Gedanke, mit dem ich das auf mich nehme, also wie einatme, bei der Tonglen-Praxis ist, möge das alles zu mir strömen und sich in meinem eigenen Geiste befreien und mögen dadurch die anderen es leichter haben auf ihrem Weg. Zwischenmenschlich ist das tatsächlich so, wenn du zum Beispiel diese Haltung praktizierst und ich merke wie du, weil einem Problem noch sagst, okay, ich denke an all die Probleme, die andere haben und sage, möge meine innere Gelöstheit dadurch, dass ich dir das alles annehme, helfen, dass andere ihre Probleme besser bewältigen, dann höre ich das, dann sehe ich das, das inspiriert mich und tatsächlich hilft es mir, die eigenen Probleme besser zu bewältigen. Hier ist aber auch gemeint, dass man das gar nicht mitkriegt, die anderen sehen das gar nicht von außen, sondern man vertraut darauf, dass wir innerlich, geistig miteinander verbunden sind und dass es eine Hilfe in dieser Welt ist, wenn es Menschen gibt, die sich so innerlich ausrichten und dass sich das kommuniziert, auch wenn wir gar nicht drüber sprechen. Es ist viel möglich an, so was sich da alles geistig kommuniziert in dieser Welt. Es ist nicht einfach nur esoterisch dahergeredet, sondern es gibt viele Erfahrungen, wo ich schon überrascht war, wo ich denke, boah, wie hat die Person das mitbekommen? So, oder wie ist das möglich? Das scheint noch eine andere Ebene zu sein, auf der wir miteinander verbunden sind. Ich kann es nur so sagen, Erklärungen habe ich dafür auch nicht wirklich. Also das ist das, man beginnt damit immer das Leid, was man gerade hat, sich vorzustellen, wer alles das noch hat und wer Ähnliches hat und so weiter, den das immer weiter aus und nimmt, das in das eigene Leiden hinein und sagt sich zum Beispiel, okay, ich habe jetzt gerade einen Oberschenkelhalsbruch, ich musste ganz viel an die alten Menschen denken, die Oberschenkelhalsbrüche haben, für die das eine Katastrophe ist. Für manche ist das das Ende des Lebens, weil sie dann verbluten, andere werden, erholen sich nie von den Operationen und bei manchen ist es gut. Und da musste ich ganz oft dran denken und sah, und dann das damit, den Schmerz anzunehmen, ist dann eine Leichtigkeit. Da hat man das Gefühl, wie für die anderen das zu tun oder für sie mitzutragen und sowieso relativiert das das eigene Leid total, wenn man sich das mal vor Augen hält. Also diese Praxis aber dann ausgeweitet. Und jetzt kommen wir zu dem neuen Teil von heute. Bei 19 geht es weiter. Okay. Selbst wenn ich so berühmt werde, dass sich viele Leute von mir verbeugen oder ich schätze, besitze wie der Reichtumsgott Vaischravana, also reicher geht's nicht, so verfalle ich nicht in Hochmut, sondern denke daran, wie nichtig weltliche Ruhm und Besitz sind. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Das Wort, was ich hier als nichtig übersetzt habe, das ist auf Tibetisch so was, dass es keine Substanz hat. Es ist hohl. Lass uns das mal anschauen. Es geht um Ruhm und Reichtum. Ruhm und Reichtum. Die ersten Gedanken, die Genere Mpoche dazu immer ausdrückte, ist sich mal zu überlegen, wie viel davon am Ende eines Lebens bleibt und uns ins nächste Leben begleitet. Nun ist die Antwort schon ziemlich klar. Da begleitet uns nichts davon. Was uns begleiten wird, ist, wie wir damit umgehen, also die Einstellung. Stolz wird uns, stolze Grundhaltung, Angst um Besitz wird uns begleiten, so diese Grundhaltung. Alles andere passt nicht sozusagen durch das Nadelöhr des Todes hindurch. Aber diese Grundtendenzen, diese Muster, also keineswegs der Reichtum. Dann der zweite Gedanke, den er äußerte, ist, schau doch mal hin. Ja, zum Beispiel. Ihr kommt gerne, um Unterweisungen zu erhalten von verschiedenen Dharma-Lehrern. Und als Dharma-Lehrer könnte man geneigt sein, zu denken, man wäre etwas Besonderes, weil die Leute kommen, um einem zuzuhören. Und der große Irrtum ist, dass je mehr ich dabei ist beim Unterrichten, desto weniger Leute hören zu, desto weniger gut ist die Unterweisung. Eigentlich immer dann, wenn ich nicht präsent bin, dann passiert die beste Unterweisung. Also die Qualitäten, weil es geht ja hier um Dharma-Praxis, die echten Qualitäten sind gar kein Besitz des Ichs. Das sind gar nicht von mir erzeugt, sondern sind Ausdruck der Natur des Geistes, dessen, was fließt, dessen, was sich zeigt. Wenn die Ich-Bezogenheit zurücktritt, dann zeigen sich die Qualitäten, aufgrund derer andere Leute uns Anerkennung entgegenbringen, aufgrund dessen Menschen uns mögen, und, und, und. Gene Römpudsi sagte immer von sich selbst, ich bin nichts, alle Qualitäten sind die Qualitäten des Dharmas. Damit meinte er der Natur der Dinge, also wie der Geist halt ist. Das habe ich erst nicht verstanden, die Qualitäten des Dharmas. Und tatsächlich ist es so, die zeigen sich ja immer mehr, wenn wir zurücktreten, wenn wir uns vergessen, wenn wir nicht mehr im Wege stehen. Dann zeigt sich die Liebe. Dann fließt das Mitgefühl natürlich. Dann ist der Geist unbeschwert und frei, und wir verstehen die Dinge. Also eigentlich sind die Qualitäten, für die man uns wirkliche Anerkennung zollen könnte, gar nicht die eigenen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier vor euch sitze und diese Verse so erkläre, dann ist das ja gar nicht auf meinem Mist gewachsen. Das ist ja dem Dharma, also auch der Überlieferung zu verdanken. Das ist, weil sich so viele um mich bemüht haben und mir die Dinge erklärt haben. Und dann, weil dieses Ich endlich mal nicht so stark ist, dass es alles verderben kann. Also es tut es immer noch, aber es ist wirklich nicht auf meinem Mist gewachsen. Und falls ich anerkannt werde und berühmt bin für Dinge, die auf meinem Mist gewachsen sind, dann sollten die roten Warnlichter angehen. Ja, weil dafür tut es weder mir noch anderem gut, anerkannt zu werden und berühmt zu werden. Das ist eigentlich dann nur ein Betrug an anderen. Das sind unechte Qualitäten. Jetzt können wir das Gleiche auch mit dem Reichtum machen. Reichtum, wodurch entsteht der eigentlich? Ehrlich gesagt, die meisten haben einfach Glück. Glück, dass Umstände so spielen, dass etwas gelingt und dass gute Bedingungen zusammenkommen. Reichtum erzeugen mit Anstrengung. Ja, manche mit Anstrengung. Aber wenn es wirklich klappt und bleibend ist, dann kann man sich eigentlich nur freuen, dass man auch, dass man das nicht verdorben hat durch allzu starke Emotionen. Und wenn man sich am Reichtum noch freuen kann, kann man auch danken, dass man durch den Reichtum noch nicht verdorben wurde. Dass man wirklich noch in der Lage ist, sich überhaupt zu freuen an schönen Dingen und guten Bedingungen. Also da ist es so, mit Reichtum, das Gute an Reichtum ist, dass man viel Gutes damit tun kann. Man kann richtig viel Gutes tun. Das ist super. Es ist super, Geld zu haben, super, reich zu sein. Man kann richtig viel bewegen in der Welt. Aber auch da ist es eben nicht, dass sie sich persönlich damit identifizieren, sondern es zur Verfügung stellen. Weil man weiß, es zerrinnt sowieso. Es zerrinnt spätestens im Moment des Todes. Oft schon vorher. Es ist gut, sich das so klar zu machen. Die eigentliche Freude kommt nicht von dem, wie viel man besitzt. Ihr seid ja auch alle schon gereist. Und ihr wisst, arm oder reich ist kein Indiz dafür, wie glücklich Menschen sind. Es sind auch nicht alle Arme glücklich. Also keineswegs. Es ist keine Korrelation zwischen den beiden. Und auch berühmt sein, anerkannt sein und glücklich sein ist auch keine Korrelation. Man ist nicht glücklicher, wenn man berühmter ist. Wir denken das manchmal. Wir haben manchmal so so den Eindruck, wenn wir das und das hätten, dann wäre es, dann könnte ich zufriedener sein. Aber wäre ich das dann wirklich? Oder würde ich nicht dieselbe Unzufriedenheit, die ich jetzt schon habe, einfach auf die nächste Stufe mitnehmen? Das ist naheliegender, dass wir das tun würden. Der Moment der Zufriedenheit ist kurz und dann greifen die alten Mechanismen wieder. Also besser jetzt schon uns daran höhen. Auch, weil wir sind gar nicht reich, wir sind auch nicht berühmt, aber wir können trotzdem schon mal anfangen, das Ganze zu entspannen. Letzten Endes ist Ruhm und Besitz nichtig. Also ohne Substanz. Man kann sich kein Glück dafür kaufen. Nichts. Kein Erwachen, kein Glück, keine gute Partnerschaft. Nichts. Die Praxis hier ist das gelegentliche Kontemplieren von dem wahren Wert wunderbarer Dinge, die uns umgeben, oder auch von Anerkennung und Lob, die wir bekommen, angesichts des Todes und im Hinblick darauf, ob die wirklich auf unserem Mist gewachsen sind. Meistens ist zum Beispiel daran, dass man reich wird. Es haben unzählige Menschen mitgeholfen, dass dieser Reichtum entstanden ist. So viele Menschen haben gearbeitet, haben was getan. Das ist gar nicht derjenige, bei dem das dann zusammenkommt, der da so viel getan hat. Nummer 20. Wenn ich den Feind des eigenen Hasses nicht bezwinge, werde ich gegen äußere Feinde ankämpfen und sie stets weiter vermehren. Ist die Logik einleuchtend? Wenn ich nicht sehe, dass der Ärger aus meinem eigenen Geist kommt, dann werde ich den Ärger immer nach außen projizieren und immer denken, die Welt will mir übel. Und ich werde einen Feind nach dem anderen haben. Wir sprechen heute nicht mehr von Feinden, wir sprechen immer von Problemen. Das ist aber nur eine kaschierte Sprache. Ich habe ein Problem im Geschäft. Ja? Wir haben kein Problem. Wir machen Probleme. Wer hat denn Probleme, wenn er sich keine macht? Das ist frech, ne? Das ist frech. Aber trotzdem, erlaube ich mir, diese freche Frage zu stellen. Wer hat denn Probleme, es sei denn, er will sie. Überleg das mal richtig. Das ist so frech, wie es ist und so widersinnig, wie es klingt. Da ist doch eine tiefe Weisheit dran. Wieso lasse ich mein Problem nicht im Geschäft und habe es noch zu Hause? Wieso lasse ich die Beleidigung, die jemand mir gegenüber ausspricht, nicht einfach beim anderen, da, wo sie herkommt? Wieso ziehe ich sie mir an? Was ist los? Es ist eine etwas ungewöhnliche Art zu denken und trotzdem macht es einfach total Sinn. Ich muss dann noch das Loslassen lernen, das Lassen, die Dinge lassen, wie sie sind, die lösen sich dann von selbst auf. Das muss ich noch lernen, mich nicht zu identifizieren. Feinde, also Leute, mit denen ich nicht grün bin, die mir was wollen, wo ich das Gefühl habe, die ich lieber nicht sehe, die haben wir auch. Wir würden sie jetzt nicht Feinde nennen, aber es gibt Leute, wo wir das Gefühl haben, auch denen gehe ich lieber aus dem Weg. Warum eigentlich? Hat das nicht was mit unseren gemischten Gefühlen zu tun? Wenn wir frei wären, nicht identifiziert, dann ist es schwer, unser Feind zu sein. Die können sich immer noch zu unserem Feind erklären oder mit uns Probleme haben, aber wir haben keine, deswegen haben wir keine Feinde. Also es braucht da noch unsere Reaktion, um wirklich Feinde zu haben, um wirklich Problemmenschen zu haben in meinem Leben, brauche ich meine eigene emotionale Reaktion. Und wenn die ausbleibt, dann habe ich keine. Bloß, wie bleiben die aus? Das ist diese ganze emotionale Arbeit, von der wir ja auch schon gesprochen haben. Unglaublich tiefe Arbeit. Und jetzt kommt die Antwort, aus diesem Grund, mit den Armeen von Liebe und Mitgefühl, den eigenen Seinsstrom zu zähmen, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Dieses Wort zähmen, heißt so viel wie meistern, ist im Tibetischen derselbe Ausdruck wie das Sanskrit Vinaya, also den Geistesstrom zu üben. Und ich finde das so interessant, das er hier schreibt, mit den Armeen von Liebe und Mitgefühl. Das sind zahllose Gedanken, zahllose innere Geistesbewegung, immer wieder wie ein Ringen um Liebe und Mitgefühl. Also es wird nicht als ein leichter Weg dargestellt, sondern eine klare Entscheidung, okay, ich bin ein Krieger des Herzens. Das heißt, meine Armeen, das sind die liebevollen, mitfühlenden Herzensbewegungen, Geistesbewegungen. Und die setze ich immer wieder in Marsch. Die lasse ich immer wieder losziehen, um den ebenfalls einstürmenden Gedanken von Abneigung, Ärger, und dem zeige ich es, und das nächste Mal, der wird schon sehen, um dem Paroli zu bieten und tatsächlich dann zu siegen im eigenen Geist. Ihr kennt diese inneren Debatten. Und man muss da ganz schön stark sein, solange einem das noch nicht zur vertrauten Gewohnheit geworden ist. Das ist also die Arbeit. Die Praxis hier besteht darin, den eigenen Geist nicht von Ärger verdunkeln zu lassen, sondern immer wieder auf jede nur mögliche Weise den Weg in die eigene Liebesfähigkeit zu finden, in das eigene Mitgefühl. Egal, wie wir es anstellen, immer wieder zurückzufinden. Ins Herz. Ihr kennt doch die Aussprüche von Gajin Rinpoche, dem Dalai Lama und anderen, die viel mit der chinesischen Invasion zu tun hatten und so weiter. Die Sprüche sind unzählige, die aus dem Dharma heraus schon so gesprochen haben. Die Frage der Reporter ist der Journalisten, ist meistens so, sind Sie nicht auch wütend geworden? Haben Sie nicht irgendwie einen Hass in sich nach diesen 20 Jahren Konzentrationslage und so, wie bei Gajin Rinpoche? Er sagt, nein, darauf habe ich geachtet. Wenn Sie das geschafft hätten, auch noch Hass in mir wachzurufen, dann hätten Sie gewonnen. und das habe ich mit aller Macht zu verhindern gesucht. Das darf nicht sein. Wir dürfen dem sogenannten Feind nicht auch noch unser Herz ausliefern. Da gilt es, standhaft zu bleiben und Mitgefühl und Liebe und Verständnis und Weisheit walten zu lassen, zu verstehen, wie man so sich verrennen kann, dass man andere umbringt und foltert und quält und so weiter. Terrorismusdiskussion, selbe, selbe Geschichte. Es geht immer um dieselben Themen in der Menschheit. Und da sind wir uns eigentlich alle einig. Ich habe zufällig das Fernsehen eingeschaltet, als der Vorsitzende der Evangelischen Bischofskonferenz gepredigt hat an Ostern und habe gehört, dass der genauso angefangen hat, ja, wenn wir nicht die Botschaft Christi jetzt nicht im Herzen tragen und bei solchen terroristischen Anschlägen, wofür nützt ihr dann? Wir dürfen es nicht zulassen, dass unser Herz davon beeinträchtigt wird, unsere Liebesfähigkeit davon beeinträchtigt wird. Also da sind, das ist jetzt gar nicht speziell buddhistisch, es ist einfach grundlegende Menschenweisheit. Das ist das Kostbarste, was wir haben. Unsere Freude, unsere Liebesfähigkeit, unser Mitfühlen, unser Verständnis, all die Herzensqualitäten. Etwas Kostbareres gibt es gar nicht. Und deswegen bieten wir all unsere inneren Kräfte auf. Und das tun wir immer, wenn wir merken, das braucht es jetzt gerade. Dann ringen wir innerlich da drum. Wir können auch Freunde fragen. Wir sagen, wir brauchen dann wie Verbündete, das wäre also echtes Sangha. Wir würden zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich so im inneren Kampf sind mit Ärger und Wut, du, ich brauche deine Unterstützung. Das und das ist das Problem. Ich schaffe es gerade nicht, aus Ärger und Wut rauszukommen. Kannst du mir helfen? Können wir zusammen, können wir sprechen, können wir uns zusammensetzen? Ich bitte dich als mein Freund, als meine Freundin, deine Aufgabe ist, mir irgendwie zu helfen, ein bisschen Abstand zu gewinnen, wieder zu meinem Herzen zu finden und so weiter. Das ist Sangha. Das können wir einander schenken. Ich mache noch ein bisschen weiter. Fragen kommen dann nachher auch noch. 21. Sind es Freuden, sind wie Salzwasser. Je mehr wir davon genießen, desto größer wird der Durst. Alles, was Verlangen und Anhaftung hervorruft, augenblicklich aufzugeben. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Okay, wie ist es? Wie steht es? Sind wir genauso bereit, die Begierde aufzugeben wie den Hass? Oder haben wir da doch noch gewisse Vorlieben? Ist die Begierde eine, also das Richtige haben wollen, wenn dieses Zwanghafte in uns reinkommt? Ist das angenehmer? Wollen wir das behalten? Im Begleiten von Menschen auf dem Weg? Ist ja klar, dass mir das aufgefallen ist, bei mir und anderen, dass wir mit der Begierde nicht so schnell aufräumen wollen wie mit Ärger und Hass. Das hat damit zu tun, dass Ärger und Hass schon mal sehr unangenehm auch als persönliche Erfahrung sind. So die raushängende Zunge des Haben-Wollens, des Fasziniert-Seins und so ist nicht ganz so unangenehm. Also unsere Motivation ist etwas geringer. Und die Motivation hier im Vers kommt daher, dass ich erkenne, dass es wie das Trinken von Salzwasser ist. Also das Erfüllen einer Begierde nur kurzfristige Erleichterung verschafft und mehr vom Gleichen erzeugt. Ist das so? Müssen wir überprüfen, muss jeder für sich selbst überprüfen. In den Bereichen, wo es so ist, empfiehlt es sich, kein Salzwasser mehr zu trinken. Könnte irgendwie das Verlangen und die Anhaftung doch noch Freude hervorbringen? Es ist ja so unsere Vermutung. Es könnte doch. Nicht, dass ich zu früh loslasse. Es könnte doch. Wir begegnen da einem inneren Gesetz. Das Gesetz ist, ein enger Geisteszustand zieht weitere enge Geisteszustände nach sich. Verlangen und Anhaften sind nicht das Sich-Erfreuen an Sinnesfreuden, an Sinnesgenössen, sondern sind bereits die verlangende, greifende Reaktion darauf. Das ist ein enger Geisteszustand. Bitte verwechselt das nicht mit der Freude. Nehmen wir ein kleines Beispiel aus der Musik. Ihr hört ein Musikstück, was euch gefällt. Wow, ihr geht ganz auf und es gefällt euch und ihr genießt es. Ihr geht über eine Wiese, ihr seht Blumen, diese wunderschöne Tiefe. Wow. Noch ist es Freude. Wann entsteht der Impuls, es haben zu wollen? Muss ich das haben, das Musikstück? Muss ich die Blume haben? Muss ich die Erfahrung wiederholen? Da beginnt unsere eigene Geisteshaltung, Angst zu haben davor, dass diese schöne Erfahrung aufhört und den Wunsch zu haben, dass sie sich wiederholt beziehungsweise länger dauert. Das ist der Beginn des Anhaftens. Ich bin dann nicht mehr im fließenden Erleben, sondern schon in der Sorge, ob es auch lang weitergeht oder sich wiederholt. Oder die Sorge ist halt, nicht mehr zu haben. Aus dieser Sorge heraus gehandelt, wird nicht viel Gutes herauskommen, weil das ist aus der Enge. Ich bin dabei, aus der Enge heraus zu reagieren. Wenn ich in der Frische bleibe, in der Frische des Hörens, dann kann es sein, und dann wird es normalerweise so sein, okay, das Radiostück ist zu Ende, ich habe es vielleicht gerade im Auto gehört. Und der nächste Beitrag trifft auf einen offenen Geist. Der hat sich geöffnet durch die wunderschöne Erfahrung vorher. Es ist jetzt nicht bedauern, dass das schon da ist, es schon weg ist, sondern wir sind noch in der Offenheit. Und der nächste Geistesmoment trifft auf diese Offenheit. Offenheit führt zu weiterer Offenheit. Gehe über die Wiese, ich freue mich an der Blume, es ist kein Greifen, ich wende den Blick und es fällt schon wieder auf etwas, was mich auch erfreut. Es ist wieder, also die Chance ist, dass das dann auch wieder auf eine offene Geisteshaltung. Wenn ich es in einer Paarbeziehung mit der Sorge zu tun bekomme, nicht genug zu kriegen, wenn ich Verlangen habe nach mehr, wenn ich in sexueller Begierde feststecke und meiner Frau, meiner Partnerin Vorwürfe mache, was auch immer die Situation ist, wie viel Freude kommt dabei raus? Hm, nicht so viel. Nicht so viel, weil die offene Geisteshaltung verloren gegangen ist. Das ist gemeint damit, wenn ich das praktiziere, ah, mein Geist kommt ins Greifen, dann lasse ich dieses Greifen sein. Es geht nicht darum, das Kind mit dem Bade auszuschütten und zu sagen, irgendwas an dem, wonach ich greife, wäre verkehrt. Das darf nicht der Irrtum sein. Augenblicklich, wenn der Geist sich verengt, dann entspanne ich ihn, lasse ich ihn sich wieder öffnen und Schuld daran, dass er sich verengt, ist nicht der Trigger, also der, jetzt in dem Fall, die Sinnesfreude, die angenehme Sinneserfahrung, sondern nur mein ängstliches, bedürftiges Greifen danach, mit meiner eigenen Unfähigkeit, einfach offen zu genießen. Genau das entspanne ich. Genau da hinein bringe ich Gewahrsein. Ich habe diese Verwechslung häufiger gemerkt, zum Beispiel jetzt im Drei-Jahres-Retreat, da gibt es diese Phase der Mandala-Opferung. Da macht man ganz viele Opferungen und stellt sich vor, dass man alles dem Buddha opfert, alle Sinnesfreuden, und also unzählige Wiesenwälder und so weiter, unzählige Symphonien und Jazz-Konzerte und Jam-Sessions und was auch immer. Und alles, woran man sich freut, wird dargebracht. Dann ist es mehrfach vorgekommen, dass dann die Jungs, die ich im Retreat, also die jungen Männer, dass da einer von denen gedacht hat, er müsse jetzt wie sein CD-Player darbringen. Weil er jetzt alles geopfert hat, soll er keine Musik mehr hören. Aber darum geht es nicht. Nein, Musik hören und alles andere, ohne in diese Haltung des Greifens zu kommen. Das ist die schwierige Lektion. Also das wäre die Lektion jetzt für hier, für 21. Es zu lernen, sich zu erfreuen, ohne ins Greifen zu kommen. Genauso wie die vorherige wäre, es zu lernen, Unangenehmes zu erleben, ohne in Ärger zu kommen, ohne in Ablehnung zu kommen. Das ist die Grundübung. Es zu lernen, es einfach so zu erleben, wie es ist, ohne da in das Ablehnende oder Anhaftende reagieren zu kommen. Und was ich jetzt gerade beschrieben habe, das ist etwas, was ich in vielen spirituellen Traditionen wiederfinde, dieses Missverständnis, dass man meint, man müsse dem Auslöser entsagen. Dabei geht es nur darum, dem Greifen, das Greifen zu lockern. Nicht der Auslöser ist schuld. Nicht die Sexualität ist schuld, sondern unser Greifen danach. Also nicht die sexuelle Beziehung. Und ihr könnt hier einsetzen, was ihr wollt. Ihr könnt stellvertretend, alles, was man immer so meint in der Askese, was man so entsagen sollte, das sind alles Stellvertreter. Das ist außen in der Welt. Das hilft nichts. Man kann sich zurückziehen in einen kargen Raum. Wenn man nicht gelernt hat, dieses Greifen zu entspannen, dann kommt die erstbeste Situation daher. Und das Greifen wird wieder da sein. Diese Form von Askese ist nicht gemeint im Buddhismus, sondern das Hineinfinden in ein gelöstes Sein, ob angenehmes oder unangenehmes kommt, beides als eine Situation zu nehmen, wo wir Gewahrsein praktizieren. Ein freudiges Gewahrsein, ein offenes Gewahrsein, ein gelöstes Gewahrsein. Liebevoll, mitfühlt, ohne in diese zwanghaften Reaktionen. zu kommen. Habt ihr zu diesem Bereich jetzt, zu denen, die ich bisher besprochen habe, habt ihr dazu Fragen, zu den letzten Versen? Macht das alles so Sinn? Oder hat es irgendeine Stelle gegeben in meiner Erklärung, wo es euch gejuckt hat und der Widerspruch hat sich geregt? Und irgendwie habe ich vielleicht vergessen, auch was zu erklären. Ich finde Widersprüche immer sehr interessant, weil da geht es dann in die Tiefe mit der Unterweisung. Der nächste Vers ist nämlich von einer anderen Kategorie. Wir wollen uns den mal anschauen. Da geht es jetzt nicht mehr um diese emotionalen Reaktionen, sondern um deren Grundlage. Das ist wie wenn wir jetzt eine Etage tiefer gehen würden. 22. Alles, was erscheint, ist der eigene Geist. Also ich übersetze das mal besser. Alles, was an Erfahrungen in unserem Geist erscheint, ist Geist, ist der eigene Geist. Alles Erleben ist Geist. Das ist, was dieser Satz heißen soll. Und der Geist selbst, dieser vermeintliche Geist, wir sprechen immer über den Geist, ist seit jeher jenseits der Grenzen sämtlicher begrifflicher Vorstellungen. Das ist auch auf Tibetisch eine etwas schwierig zu verstehende Formulierung. Grenzen bedeutet hier eine extreme Anschauung. Etwas, was damit zu tun hat, mittels Begriffen den Geist als existent oder nicht existent festzulegen. Mit Grenzen sind philosophische Standpunkte von Existenz, nicht existent, sowohl als auch existent oder nicht existent und weder noch gemeint. Diese vier, das sind die Grenzen begrifflichen Denkens. Alles begriffliche Bedenkens bedient sich der Hypothesen von Existenz und Nicht-Existenz oder eine Kombination von den beiden. Und das, was wir Geist nennen, was ist das eigentlich? Was ist der Geist, mit dem wir einander zuhören, miteinander sprechen? Ein nicht zu fassendes Erleben, was ganz deutlich da ist, weder Farbe noch Form hat, kein Ort, kein Entstehen und kein Vergehen in den sechs Sinnesfeldern unterwegs, den sechs Formen, also die fünf äußeren Sinne und der innere Sinn des inneren Wahrnehmens der eigenen Geistesbewegung und so. Ständig aktiv, manchmal auch ruhiger und nie zu fassen. Wenn wir ihn wegschicken wollen, kriegen wir ihn nicht weg. Ja, hat schon mancher von uns mal gedacht, ich hätte gerne mal, hätte jetzt gerne mal eine ruhige Zeit ohne meinen Geist. Kriegst du nicht weggeschickt. Wenn du ihn herbeibohren willst, um irgendwie was zu machen, ist er ganz oft völlig anders aufgelegt. Was ist dieser Geist, über den wir auch so sprechen? Dann sprechen wir noch über alle möglichen Formen von Geist. Begrifflich kriegen wir ihn nicht zu fassen. Aber wir erleben ihn. Wir erleben nicht ihn, sondern wir erleben wach, bewusst, immer wieder Neues, alles von dem, was wir erleben ohne Substanz, ständiger Strom des Erlebens und das nennen wir einfach Geist. Okay, diese Fähigkeit wahrzunehmen, bewusst zu sein, zu erleben mit all dem, was das ausmacht, all die Herzensregung und so. Im Geist, da wäre jetzt noch zu hinzuschauen, weil es geht um Mittelpunkt und Grenzen, der Mittelpunkt ist noch nicht erwähnt, aber ist da jemand? Hat da jemand den Geist? Habe ich einen Geist? Gibt es da ein Ich, das einen Geist hat? Und ist dieses Ich dann kein Geist? oder haben wir zwei Geister? Ja, seht ihr, mit Begriffen kann man richtig schön Verwirrung herstellen. Begriffe sind immer gut, uns zu verwirren, wenn man sie mal ernst nimmt. Wir sagen das so. Ich habe einen sehr beschränkten Geist. Welches Ich weiß das? Es sind einfach nur Bewegungen. Das sind diese Bewegungen des Denkens, des Fühlens. Die Summe von all dem geben wir halt einen Namen, um darüber sprechen zu können und tun manchmal auch noch so, als ob wir nicht Teil des Ganzen wären. Dabei ist auch das wieder nur eine Geistesbewegung. Dann denken wir, das, was wir außen wahrnehmen, der Fußboden, der Tisch, mein Gegenüber und so weiter, das wäre dann das Andere. Ich und das Andere. Und dieses Ich und das, was ich erlebe, das ist allerdings alles Geist. Also alles findet als Erleben statt. Anderes ist Erleben, Ich-Gefühl ist Erleben. Und dieses Erleben ist nicht fassbar. Und jetzt kommt der letzte Satz, der zweite Teil. Dies zu verstehen und keinerlei dualistisches Benennen im Geist zu erzeugen, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Dualistisches Benennen, es steht sogar noch präziser, Summsin Senma, Das ist Subjekt-Objekt. Nicht in Subjekt-Objekt-Wahrnehmung zu verfallen. Das ist, was hier gemeint ist. Also die Übung besteht darin, den Geist so zu öffnen, diesen vermeintlichen, nicht fassbaren Geist, dass wir weder an einem, dass das weder ein Mittelpunkt gegenwärtig ist, noch ein vermeintlich anderes, dass wir, das ist jetzt ein bisschen schwierig, auch begrifflich das auszudrücken, in dem Nicht-Getrennt-Sein eines situativen Erlebens sind. Das ist das erwachte Erleben. Das erwachte Erleben ist kein mittelpunktorientiertes Erleben mehr, sondern ein situatives Erleben. Also ein Rundum-Wahrnehmen, wo alle Sinne offen sind, alles funktioniert. Da ist natürlich ein Geistesstrom in diesem Körper aktiv, aber da entsteht nicht das Gefühl, ich als getrennt vom Anderen. Das nennt man dualistisch. Subjekt, Objekt. Und das ist natürlich der Hammer von Praxis hier. 22, das ist die Grundlage, das ist eigentlich Erwachen. Wenn wir in der Lage wären, das nicht mehr im Geist zu erzeugen, dann wären wir erwacht. Weil wir können uns üben darin, die Übung für uns, ist diese dualistische Spannung zu reduzieren. Das geht in Richtung von uns selbst vergessen. Also immer wieder Dinge mit weniger starkem Ich-Gefühl anzugehen, wenn das Ich-Gefühl stark wird, bewusst nachzulassen und zu entspannen. Einfache Beispiele, um das klar zu machen, sind körperliche Anstrengungen. Ich kann eine Treppe hochgehen mit starkem Ich-Gefühl, oh, diese Treppe, oh ja. Oder ich kann mich innerlich wie entspannen und einfach, die Treppe geht sich hoch. Ja, also so, der Körper geht die Treppe hoch. Es kann so leicht sein. Es kann so leicht sein. Gute Sache auch, ich habe dann noch so und so viele E-Mails abzuarbeiten. Ich muss die E-Mails abzuarbeiten. Und wie schwer das wird. Ich spreche auch über mich. Und dann die Widerstände. Einfach machen. Dieses Ich-Gefühl, dieses dualistische, ist immer Ich und mein Problem, Ich und meine Aufgabe und der ganze Stress, der dadurch entsteht. Und eine konkrete Übung wäre, die Dinge, irgendetwas im Alltag mal bewusst mit einer viel größeren Leichtigkeit anzugehen. Ohne Subjekt, Ich und anderes so krass zu trennen. Also wenn ich mich vergessen kann dabei, umso besser. Du hattest eine Frage. Mein Geist zählt sich gerade nach einer Orientierung. Ja. Wie würdest du denn in diesem Zusammenhang, wenn du von einem Geistesstrom umsprichst, der unentwegt aktiv ist und der vielleicht auch gar nicht wirklich innerhalb meiner Körpergrenzen begrenzt ist, sondern auch außerhalb aktiv ist, wenn ich dich richtig verstanden habe oder gehört zu meinen haben? Wie würdest du denn Begrifflichkeit und wie Bewusstsein und das Unbewusstsein, das Traumbewusstsein und vielleicht sogar noch Geisteskrankheit unterdrin verorten? Genau. Kannst du was dazu sagen? Gerne, ja, sicher, klar. Die Fragen habe ich mir ja auch schon gestellt. Also auf der begrifflichen Ebene ist es so, dass wir Geist als den umfassendsten Begriff für all diese Bewusstseins, Gewahrseins Phänomene haben. Im Geist kann man sich vorstellen, gibt es unbewusstere, weniger bewusste, halbbewusste Bereiche und so. Ja, das ist einfach begrifflich, kann man das sich klar machen, wie man die Begriffe nutzen möchte. Aber was ist denn eigentlich tatsächlich los? Ich glaube, das ist mehr deine Frage, oder? Oder wolltest du jetzt einfach, dass ich mal die Begriffe kläre? Ja, weil die Begriffe kann ich natürlich klären. Bewusstsein haben wir jetzt mal reserviert als ein Begriff für die sechs Arten von Sinnesbewusstsein, angefangen mit Taktil, also Körperbewusstsein, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken. Und der große Bereich des mentalen Bewusstseins, und da gibt es noch das emotionale Bewusstsein, und da gibt es dann die unbewussten Schichten. Da, wo Kräfte in uns aktiv sind, wie so die kleinen Flitzer unserer impulshaften Reaktionen, da sprechen die Buddhisten nicht von einem Unbewussten, was unbewusst bleibt, sondern einem noch nicht Bewussten, was bewusst werden kann. Das heißt, das sogenannte Unbewusste, also jetzt gerade auch so wie Jung, der ja total fasziniert war mit dem Unbewussten, der hat dem wie so eine, das war wie so eine echte Instanz bei dem, als ob das immer unbewusst bleiben würde. Und tatsächlich ist es so, wenn man jetzt über ganz feine Selbstwahrnehmung rangeht, wie es in der subtilsten Meditation passiert, dann kriegt man diese kleinen Flitzer mit, die die Psychoanalytiker das Unbewusste nennen. Man kriegt auch die Über-Ich-Impulse mit, man kriegt all die verschiedenen Impulse kriegt man mit, die einem normalen Menschen unbewusst sind. Und so sprach der Buddha zum Beispiel über die Klishas, die Emotionen und die darunter liegenden Gewohnheitsmuster und dann noch darunter liegende, für den normalen Menschen völlig unbewusste Triebflüsse, diese Strömungen, die Untergrundströmungen. Und er beschrieb auch das Phänomen, dass die tatsächlich dem normalen Menschen nicht zugänglich sind, sind unbewusst. Genauso wie dem normalen Menschen auch die Natur des eigenen Geistes nicht bewusst ist. Also auch die Qualitäten des voll entspannten, offenen Bewusstseins sind auch nicht bewusst. Kann aber alles bewusst werden, deswegen würden wir eher so Begriffe wie vorbewusst oder noch nicht bewusst nehmen, wenn wir über diese feinsten Impulse sprechen, die ständig ablaufen. Weil auch die sogenannte Buddha-Natur, die Natur des Geistes, zeigt sich ständig, ist ständig aktiv in uns, nur kriegen wir das nicht mit. Zum Beispiel, wenn wir einschlafen, gehen wir kurz durch so ein, notwendigerweise durch so einen Zustand völliger Gelöstheit von Nicht-Identifikationen durch und kriegen es aber gar nicht mit, dass da gerade im Moment völlige Offenheit war, weil wir so müde sind. Wir gehen in Bewusstlosigkeit. Ja, also all das ist, sagen wir es doch mal so, ist aus meiner Sicht, so wie ich den Dharma verstehe, ist Erleben. Das nennen die Tibeter Nangwa, Erscheinungen, also das, was aufscheint im Geist. Im Scheinen Nangwa hat er dieses, das bedeutet auch Leuchten, also der Buddha sprach da auch von der Eigenstrahlkraft des Geistes, das, was immer wieder zu erleben wird, zu Traumerleben. Du fragtest noch nach dem Traumerleben, ist ein wacherer, ein etwas bewussterer Zustand innerhalb des Schlafbewusstseins, nennen wir es mal so, wo die meisten Menschen unbewusst sind. Wer aber fein meditiert, jetzt gerade ist es bei mir nicht mehr so, weil ich auch so viel jetzt zu tun habe, aber ich kenne Zustände, wo man nachts voll bewusst ist und schläft. Was man so den Tiefschlaf nennt, ist auch einer von diesen Geisteszuständen, der einfach noch nicht bewusst ist. Er kann voll bewusst sein, Traum kann voll bewusst stattfinden. All das ist, es ist möglich, all das ins Bewusste Erleben zu heben. Und wie weit das bewusst ist bei einem Menschen, hängt von der Feinheit und der Entspanntheit der Selbstwahrnehmung ab. Das ist eigentlich nur, das ist das Einzige, worauf es ankommt. Wie fein ist unser Wahrnehmungsvermögen, wie entspannt sind wir, wenn wir völlig fixiert sind und in großer Anspannung, kriegen wir sehr viel weniger mit. Wenn wir offen sind, das ist ja auch jetzt, wenn ich vorhin schon das Beispiel der Psychoanalyse genommen habe, wenn wir uns öffnen, dann kommt es zu diesem Strom des freien Assoziierens, also des gleichschwebenden Gewahrseins und dann tauchen unbewusste Inhalte, die werden dann bewusst, die tauchen dann auf und, und, und. Und das muss eigentlich immer weitergehen, dieser Prozess, immer weitergehen in immer subtilere Schichten, sodass wir uns auch nachts dann so entspannen und überhaupt in allen Zuständen des Erlebens. Konnte ich dir jetzt mit diesen Ausführungen irgendwie ein bisschen weiterhelfen? Ich habe irgendwie verstanden, dass je feiner die Selbstwahrnehmung ist, desto mehr bewusster bin ich in der Lage, den Geistesstrom tatsächlich auch eins zu werden, vielleicht mit dem Geistesstrom auch, um die Dualität auszuschließen, dass ich den Geistesstrom wahrnehme. Genau, dieses Beobachten, das duale Element lässt auch nach und man kann wie von einem Einswerden sprechen, also einem nicht getrennt sein. Und gleichwohl ist es gerade, was das Traumbewusstsein vielleicht anbelangt, oder dass das Unbewusste wie Räume, die verschlossen sind, wie fremde Räume. Genau, das ist wie fremde Räume, wo man sich nicht auskennt und die lösen ganz schön viel Furcht auch aus. Also die lösen Angst aus, weil wir da in Unbekanntes hineingehen. Und da kommen unsere Reaktionen und die buddhistische Praxis, also sagen wir einfach mal die Gewahrseinspraxis, ist da sehr herausfordernd, weil sie fordert uns ständig auf, in diese Schattenbereiche hineinzugehen, also das Gewahrsein sich ausdehnen zu lassen in diese Bereiche. Und die Zensur aufzuheben, den Filter aufzuheben, die Unterdrückung. Das sind Dimensionen, also die Feinheit, die Schritte im Feinerwerden der eigenen Wahrnehmung, die ich erlebt habe, das ist wirklich so, wie wenn man von einem Kinderfernrohr allmählich dann zu richtig tollen Teleskopen wechselt oder vom Kindermikroskop dann allmählich so. Ja, man muss dann schon, nehme ich an, irgendwann schon von einem Elektronenmikroskop sprechen. So groß sind die Unterschiede. Also es ist dann wirklich möglich, jede Regung zu erleben, jede Regung des Geistes zu erleben. Das ist schon, also auch sehr unangenehm. Es ist auch etwas, was in der Phase, wo man sich daran gewöhnt, es ist sehr unangenehm, so viel über sich selbst, von sich selbst mitzubekommen. Es ist manchmal zum Nicht-Aushalten, weil man sieht nur einen Ich-bezogenen Gedanken nach dem anderen, man sieht die ganzen dualistischen Muster durchsausen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Es ist, ja, zum Verrücktwerden. Ach ja, das war ja auch noch eine Frage. Psychose, mal als das Extrembeispiel von Geisteskrankheit, so in Anführungsstrichen, ist ein Geisteszustand extremen Fixierens bei hoher Geschwindigkeit. Also es wird unglaublich viel, allen wird Bedeutung beigemessen und zugleich ist eine unglaubliche Beschleunigung des Geistes zu verzeichnen. Und es ist möglich, auch wenn man diese Mechanismen kennt, daraus zu entspannen, den Weg daraus zu finden. Ja, und depressive Verstimmung und Depression und so weiter sind andere Formen des Fixierens auf bestimmte Arten von Wahrnehmung mit nicht derselben Beschleunigung des Geistes wie bei einer manischen Psychose. Ja. Ich habe die Frage, wie ist denn das? Gehören die Emotionen zu diesem Geistessturm? Vorher hieß es da von Sankt, Traum oder sowas? Nehmen wir mit, egal welcher Begriff. Ja. Und dann wollte ich fragen, wie ist Emotionen, die zu dem Ich gehören und Emotionen, die zur Weisheit gehören? Oder? Also, da haben wir jetzt, ich höre aus deiner Frage, dass der Begriff Emotion aus unserer westlichen Sicht sich vermischt mit dem, was hier belastende Emotionen genannt wird. Wir nennen ja Freude auch eine Emotion. Freude wird nicht als eine belastende Emotion, als ein Klischer gesehen, sondern als Teil des natürlichen Seins. Deswegen rechnest du das unter Umständen solch eine Emotion und auch wie Dankbarkeit oder so. Ja, das sind ja auch, das rechnest du dann vielleicht dem Weisheit oder dem zu, was einfach die Natur des Geistes ist. Wenn hier so verkürzend über Emotionen gesprochen wird, dann sind damit die belastenden, die engmachenden Emotionen gemeint. Das ist die Übersetzung von dem Wort, von dem Wort Klischer, was so viel heißt wie Gebrechen, etwas, was uns behindert. Es sind also nur die belastenden Emotionen gemeint. Nicht Liebe, nicht Mitgefühl, nicht Dankbarkeit, nicht Freude. Okay, also aber alles ist Geist, alles ist Erleben, bloß das eine öffnet uns und das andere verschließt uns. Und erlöst es dann wie das Ganze? Zehn, so zusammen. Tja, also als wir das Gengenropoji gefragt haben, da hat er mit einer etwas saloppen, aber finde ich, ganz guten Antwort geantwortet. Und zwar hat er gesagt, das ist mal erst das Dharma-Ich. Du hast ein leidendes, verstricktes Ich und dann gibt es ein vom Dharma, von der Weisheit und vom Mitgefühl genährte Instanz. das ist dein innerer Lama, dein Weisheits-Ich, das praktiziert. Und das löst sich dann auch noch. So, das war so seine Antwort. Kann ich was mit anfangen? Das ist eine gute Beschreibung des Prozesses. Und jetzt machen wir eine Pause? Ja? Oder? Nee, noch nicht? Okay. Also noch eine. Vielleicht auch zwei. Die angenehmen Dinge, die uns begegnen, als sommerliche Regenbögen zu sehen, von schöner Erscheinung, aber ohne Wirklichkeit und so Verlangen und Begierde aufzugeben, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Ist doch eigentlich ziemlich klar, oder? Also Regenbogen, wissen wir, können wir nicht packen. Wunderschön, können wir aber nur bestaunen, können wir uns nur daran freuen, aber festhalten können wir es nicht. Wenn wir die Sinnesfreuden so praktizieren können, ich glaube, wir hätten richtig Freude. Ohne das Ganze extra. Und weil das so kurz war, habe ich noch einen, oder? Ich habe noch eine Frage. Er erscheint mir genau gleich wie 21. Ja, wollte ich mal eben zurückblättern. Ja, ja, genau gleich, aber genau umgekehrt. Okay. Beide, bei beiden geht es um Anhaften und Begierde, also genau gleich, und es geht ums Loslassen, genau gleich. Die Methode ist anders. Beim einen kontempliere ich die üblen Folgen, wie es mich eng macht, wenn ich greife, und hier kontempliere ich die illusorisch, die täuschend, wirkliche Erscheinung des Angenehmen. Ja, ich bin hier mit dem Weisheitsauge auf das, die nicht fassbare Natur des wunderbar Erlebten ausgerichtet, während ich vorher auf die Konsequenzen des Greifens meine Weisheit ausrichte. Also gleich und verschieden. Die vielfältigen Leiden, jetzt kommt offenbar das Pendant mit den schwierigen Erfahrungen, sind wie der Tod unseres Kindes im Traum. Wie erschöpfend ist es, illusorische Erscheinungen für wirklich zu halten. Alle schwierigen Umstände, die uns begegnen, als illusorisch zu erkennen, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Also, ihr wird nicht mit zweierlei Maß gemessen. Wenn wir angenehme Erscheinungen wie Regenwürgen kontemplieren, dann gilt das auch für die unangenehme Erfahrung. Seid ihr bereit dazu? Sind wir bereit dazu? Ist das eine Übung, die wir mal machen wollen? Es geht ja nicht nur darum, sie zu kontemplieren, sondern wirklich dann auch zu erkennen, wie sich die Welt des Leidens, des Schmerzes im eigenen Geist formt, wie die sich immer mehr verdichtet und wir daran glauben, dass es wirklich so ist, wie das aber auch in einem Moment wieder anders sein kann. Selbes Prinzip, wie sich die Welt des Angenehmen, des Verführerischen, des Tollen, der wunderbaren, angenehmen Erfahrung verdichtet, zu einer Welt wird, wie wir für Wirklichkeit, an die wir glauben und in einem Moment auch anders sein können. Was bleibt? Was bleibt, wenn wir an einer angenehmen Erfahrung nicht mehr haften, weil wir sie für traumgleich erkennen und was bleibt, wenn wir an einer unangenehmen Erfahrung nicht mehr haften und sie auch als traumgleich erkennen? Aber dann gehe ich ja nie mehr zum Arzt. Aha, du brauchst dann gar keinen Arzt mehr. Und die Konsequenz hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, du würdest dann unbesorgt zum Arzt gehen und nicht schon 10, 20 Diagnosen vorwegnehmen und dir alles mögliche ausmalen, was es sein könnte. Und einfach mal zum Arzt gehen, weil der könnte ja was Hilfreiches dazu sein. Man könnte, man würde mit allem Gelassenen umgehen. Das schon. Es bleibt eine Intensität des Erlebens. Es ist nicht so, dass Schmerz plötzlich nicht mehr intensiv ist, klar, aber die ganzen Reaktionen, das, was sich da so aufbaut, diese ganze Welt des Schmerzes fällt weg und die ganze Welt der Faszination fällt auch weg. Die Welt des Angstes, der Angst, diese eng machenden emotionalen Welten, die bauen sich nicht mehr auf. Wenn ich sehe, ah, es ist etwas, es ist eine geistige Erfahrung, okay. Dabei bleibe ich. Es ist nicht, dass die Erfahrung negiert wird. Die findet trotzdem statt. Es finden angenehme und unangenehme Dinge statt. Nehmen wir mal den Beispiel des Todes. Also, wir verlieren unsere Tochter im Traum. Schweißgebadet, vielleicht in Tränen, über Tränen überströmt, wachen wir auf aus dem Traum und wir haben sogar Mühe. Wir merken, es ist kein Traumeinglück, es ist nicht wirklich, aber bis wir uns erholt haben, das kann lange gehen. Also, wenn es gut geht, dauert es nur zehn Minuten. Aber es kann uns auch noch einen halben Tag beschäftigen, dass wir so einen Traum gehabt haben. Wenn jetzt die Tochter wirklich stirbt, das wäre ja nun Leid. Ja? Was ist damit? Wie viel Leid wohnt der Erfahrung selbst in? Und wie viel davon erzeugen wir durch unsere Reaktion? Den Hauptteil in der Reaktion. Den Hauptteil in der Reaktion, ne, Margit? Die Frage ist, erlauben wir es uns, mal nicht zu leiden, mal diesen Extrateil des Leidens zu lassen? Es kommen häufiger Menschen zu mir, die natürlich Angehörige verloren haben, deren Angehörige gestorben sind. Ist ja klar, das gehört zu meinen Aufgaben dazu, Menschen zu begleiten vor dem Tod, die Angehörigen nach dem Tod, die haben manchmal Mühe damit, zurechtzukommen, damit, dass ihre Trauer nicht durchgehend ist. Dass sie zwischendurch Freude erleben, gar nicht über den Tod, sondern, dass einfach ihnen Dinge immer noch Freude machen, obwohl sie eigentlich traurig sein müssten. Das ist ganz normal. Und dann helfe ich ihnen zu schauen, ja, da ist ein Loch im Leben, da ist jemand verschwunden, dieser Mensch war unglaublich wichtig, diese Beziehung kann nicht mehr gelebt werden, gleichzeitig geht das Leben aber in vielen anderen Bereichen weiter. Und eigentlich hat sich nichts geändert, was unsere Fähigkeit angeht, Freude und Trauer zu erleben. Es ist nicht so, dass die Trauer in alle Bereiche hineinwirken muss. Wie viel davon machen wir und wie viel davon wollen wir? Und wenn sie dann so überrascht sind und merken, boah, es ist so schön zu leben. Manchmal sage ich ihnen sogar, ja, und das ist ein Geschenk an ihren verstorbenen Angehörigen, dass sie jetzt freudig weitergehen. Vielleicht hat die Angehörige, der Angehörige gar kein Interesse daran, dass sie jetzt trauen, 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 trauen. Viele von uns haben ja schon in ihr Testament geschrieben, ich weiß nicht, habe ja auch dazu gehört, aber bitte seid nicht so traurig, wenn ich sterbe, macht ein schönes Fest. Darauf steht bei einigen von uns im Testament drin. Und das ist richtig so, weil das Leben geht weiter und das Leben wirklich zu nutzen, zu genießen, das ist ein tolles Geschenk. Und tatsächlich hat unser Geist die Möglichkeit, entweder wir bauen uns die Welt des Schmerzes und wir halten relativ lange daran fest, bis wir nicht mehr können. Oder wir lassen es sein und manchmal kommen diese Wellen von Trauer, dann rauschen sie wieder durch, jetzt sind wir ganz traurig, aber dann sind sie auch wieder vorbei. Wir brauchen sie nicht länger zu machen, sie rauschen einfach durch. Und so können auch freudvolle Erfahrungen, angenehme Erfahrungen, die können durchrauschen, wir brauchen sie nicht noch zu verlängern. Das wird dann zum Krampf. Wir sind mit relativ viel Krampf unterwegs im Leben. Dieses Fortsetzen von Erfahrungen, die eigentlich schon vorbei sind. Wenn die Trauerwelle schon durchgerauscht ist, dann kann ich auch ein paar Stunden wieder glücklich sein. Und dann löst irgendetwas wieder die Trauerwelle auf und dann bin ich schlässig werden für diese verschiedensten Erfahrungen. Das heißt nicht, dass ich nicht zum Arzt gehe, das heißt auch nicht, dass ich nicht zur Beerdigung gehe. Also all das findet statt, aber mit einer solchen inneren Leichtigkeit, weil sich weniger dran heftet. Jetzt denke ich, wäre es schon gut, eine Pause zu machen. Also Viertelstunde Pause, dann geht's weiter. ICO Weiter Wettelstunde Ich frei nicht mention Vielen Dank.